Herzlich Willkommen bei unserem nächsten Abenteuer gegen die Ballons. Sie haben wieder ordentlich Luft getankt, aber das interessiert uns nicht. Nö, nicht wirklich. Nö, also alte Veteranen, wie gesagt, die können uns gar nichts. So, im heutigen Video nehmen wir mal so eine kleine spaßige Runde auf, die wir früher immer gemacht haben. Und zwar in dem fünften Teil. Da haben wir beim Koop per Würfel uns Töme ausgewürfelt, wer welche benutzen darf nur. Wir haben das schon mal vorbereitet hier mit einem Random Generator. Aber eine einzige Regel, die wir jetzt umgewandelt haben, ist, dass jeder seinen Helden verwenden darf und das Affendorf. Einfach damit wegen dem Affendorf, dass jeder Turm die Möglichkeit hat, alle Ballons treffen zu können. Genau, und dann kriegt jeder noch einen Zusatz-Turm. Den werden wir jetzt gleich dann live pro Runde auswürfeln. Und dann mal schauen, was wir lustig jetzt schaffen. So, ich mach da mal Koop erstellen, ne? Ja, diesmal schaffe ich es, glaube ich, auch beizutreten. Zwei Spieler, das hat doch letztes Mal auch geklappt. Zwei Spieler, ähm, was, zeig ich Ihnen eine Lieblingskarte? Nö. Nö, guck, dann machen wir mal. Die erste haben wir noch nicht auf Spell gespielt. Machen wir das. So, dann haben wir unser altbekanntes CP. Ah ne, der ist ja mal CD, ne? Heute ist es CP, oder was? Was ist denn hier los? Ja, wir haben einen Christoph und einen Patrick. Ja, haben wir. Einen Karl und einen Christian. Ja. Einen Maria und einen Patrick. Das läuft. Ja, das läuft, ne? Da ist er. Ja, guck mal, wir haben wirklich, das sind diese Koop-Dinger. Diese Medaillen. Eins und vier. Ich hab vier. Genau. Ich hab noch gar nicht gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben ja so ein Event hier im Laufen mit diesen komischen Raketen. Was wir da machen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Wenn wir rausfinden. Vielleicht kann man danach sich für die, ähm, musste man nicht immer irgendwie so und so viele Raketen sammeln, um dann, äh, oder generell diese Extra-Währung da sammeln, um dann irgendwie Special-Kram zu kriegen, diese Kisten. Ja, irgendwas war da gewesen. Ja, ja, müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, da muss man auf den Hauptbildschirm mal diesen Affen anklicken. So. Bist du bereit für deinen Random-Turm? Wir zählen von oben nach unten und von links nach rechts, ne? Von oben nach unten, von links nach rechts, ja. Unser Gratis-Affel ist halt der Erste. Dann ist der B-O-N-2, drei, vier, fünf, fünf, sechs, ne? Ja, drei, vier, fünf, sechs, ne? Genau. Wie sagt, den Held nehmen wir raus und ist Affendorf, weil wir die benutzen dürfen. So, ich Random-Meister mal deinen Turm und habe die Zahl 11. Ich würde jetzt nur lachen, wenn es jetzt ein Boot ist. Nein, nee, ist der Helikopter. Es ist der Helikopter. Alles klar, damit haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Helikopter ist schon mal gut, ja. Der ist schon mal gut. Jetzt werde ich meinen machen. Das ist die 18. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn, elf. Okay. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Ich habe den Druinen. Der ist leider nicht so Bombe in dem Spiel geworden. Tja. Ja, sehr gut. Gut. Aber wir sind schon in Runde drei. Warum sind wir in Runde drei? Weil wir in Runde drei anfangen, weil wir krass sind. Was? Wie? Hä? Verwirrung? Verwirrung? Puh? Verstehe ich nicht. Ach, sieg. Ich weiß nicht, in irgendeinem Modus war das so. Ach, ich habe da immer noch die Anreinstellung. Weißt du, was nur mein Problem ist? Kann es sein, dass wir... Und ich kann am Anfang ja nichts machen. Ja, ich habe doch schon hier. Keine Sorge. Naja, zwei Dank. Ich brauche doch hier erstmal. Auf der Türmchen. Starten wir mal. Ich würde dann gleich wieder als erstes meinen Benjamin setzen. Das war... Möhmchen? Wir fanden ihn offen. Nee, ich setze Otto. Jetzt setze ich Otto. Alles klar. Ja, macht es. Die dürften erstmal die ersten... Hast du sowieso wieder doppelt gelten. Ja, ich habe dich gefragt, ob ich ihn ausschalten soll. Und du meinst, nein. Weil du Schiss hast, dass wir es dann nicht schaffen. Ja, ist richtig. Also haben wir es drin gelassen. Ja, ist auch richtig so. Ja. Und ich muss ja auch noch einen Haufen Ballon sammeln. Weil ich diesen Scheiß-Ton noch nicht aufrengeschaltet habe. Ja, wichtig für euch Leute ist... Es ist wichtig, dass man den Helden so früh wie möglich baut. Der bekommt nämlich pro Runde und... Ich glaube auch, pro Kaputti macht einen Ballon. Ab extra Erfahrungspunkte, glaube ich. Und levelt sich selber. Das ist so eine wirkliche Besonderheit dieses Turmes. Dass die... Sich aufleveln im Spiel. Ich glaube, man kann auch mit Skills erhöhen, dass sie auf level 5 anfangen oder sowas, glaube ich. Und... Das kann sein, ja. Die bekommen halt dann teilweise mehr Fähigkeiten, erhöhten Level dann. Ich glaube, bis level 20 konnte man die leveln. Ja. Und auf jedem Level kriegen die irgendwann dazu. Also entweder, dass eine Fähigkeit von denen sich erhöht, also verbessert wird oder dass da was dazukommt. Genau, bei mir sieht man jetzt gerade, dass mein Turm auf level 3 anfängt. Also nicht 5, sondern 3. Und da bekommt er halt diese Fähigkeit hier. Die ist hier unten drinne. Ich weiß gar nicht, was die jetzt so gemacht hat. Aber man kann sie jedenfalls aktivieren. Ich glaube, der hat irgendwie so ein... Attack-Speed-Buff. Besonders... Ja, so ein Attack-Speed-Buff und verstärkten Schüsse. Ich weiß nicht, was genau. Genau, und dann kriegt er, glaube ich, auf Stufe... Weiß ich nicht, weiß ich nicht was. 8 oder 10 kriegt er das nächste oder so. Dadurch ist es halt wichtig, ihn so früh wie möglich zu bauen, weil er... Nachher die sind sowieso sehr OP, die Helden gegen die normalen. So, jetzt weiß ich gleich bei den Droiden was da gut ist, natürlich. Ach, da haben wir zwei Bluts und dabei sogar Eisbluts platzen, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, dass ein guter Blutsschuss stattfindet. Ich weiß nicht, weil das nicht so wichtig ist. Ich mach nochmal mal das hier. Wir waren beim Heli nochmal geil. Oh nein, scheiße. Wir haben noch keinen Kram wohl entdeckt. Ah, das ist nicht schlimm. Ähm, beim Heli, ja, da habe ich gestern auch überlegt. Oben kriegt er nachher die Raketen schieben, glaube ich. Ja. Und der... Untere Pfad ist, glaube ich, das, wo er nachher die Truppen holen kann. Ja. Da ist so eine Mischung aus oben und unten, glaube ich, war ganz gut gewesen. Aber ich glaube, wenn du den oberen nimmst, ist es gut, wenn man den mit dem zweiten Pfad bekommt. Und unten fährt halt diese Verfolgung, oder? Das ist der obere. Ja, genau. Ja, die ist halt schon sehr gut. Ich habe jetzt hier auch schon mal meinen Affendorf hingesetzt, damit der zum Beispiel jetzt schon mal die Unsichtbaren sehen kann. Ja, genau. Genau, wir schauen. Ja, hier ist jetzt so eine sehr wichtige Funktion, ist die hier, im zweiten Pfad, Radar, Scanner. Und dann können die halt alle, die in den Radius hier sind, Tarnbloons, wie man jetzt hier sieht. Der bekommt das durch hier oben bei ihm. Ich muss dann auch ein bisschen Double Cash sammeln. Ja, ich sammle jetzt auch ein bisschen mehr Geld durch meinen Benjamin. Ja, mach doch. Mio, guck mal hier. Executing Hack. Ja, aber das krieg ich ja auch, das musst du vielleicht an ihm denn. Aber wir kriegen ja danach immer so einen Stun, ne? Ja, WLAN kurz weg. Ja, was scheiße ist denn? Ja, da ist der Scheiß. Ja. Executing Hack. Und das ist halt dieser nächste gute Punkt hier. Ist halt sehr teuer mit 8000, aber dann können alle Ballons in den, alle Arten treffen. Und das ist schon sehr OP. Vielleicht nehmen wir nachher meine Runde mal raus ins Appendorf. Das war nachher so ein bisschen auch das Lustige gewesen, das wir hatten. Dass wir auch nicht alles kaputt waren konnten. Das ist halt ein bisschen Glückssache. Da muss man sagen, dass man hat drei Pfade insgesamt bei dem Turm, der Türm. Und man kann jeweils zwei investieren. Wobei man einen halt nur bis Stufe zwei machen kann. Und dann halt bei den anderen ab drei aufwärts. Dann gibt es bis Stufe vier. Das ist eigentlich die Max-Stufe. Aber es gibt auch noch eine fünfte Stufe, aber die kann man nur einmal bauen. Ich habe mich recht erinnert. Ja. Die sind auch mega teuer, wie man jetzt hier gerade bei den Ruinen sieht. Dann kostet die fünfte Stufe 97.200. Aber die sind dann auch wirklich heftig. Awesome. Guck mal, ich kann die jetzt hacken. Siehst du das? Ja. 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 Exekutieren. Hey. Ja, läuft. Ich weiß gar nicht, können die Helikopter eigentlich alle Blutsarten zerstören? Oder bei dir schließen ja Raketen und Darts. Genau, wenn du den Raketen upgrade hast, dann brauchst du auch den Propeller nicht mehr, weil du hast jetzt einen upgrade mit dem Propeller, dass die so groß sind und rot sind. Und wenn da dann halt ein Eisenballon da durchgeht, dann würde er auch gepoppt werden. Aber... Hast du mir gerade Geld gegeben? Ich habe meinen Affen verkauft, ja. Wieso? Kriegst du denn von meinem verkauften Geld? Weiß ich nicht, weiß ich gerade nicht. Der schönste. Ja. Beste. Kein eigener Double Cash Mode, aber halt von dem anderen Laben. Abcashen. Schon klar. Ja. 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 Da haben wir aber auch eine gerecht gute Kombi jetzt hier. Ja, muss man echt sagen. Einfach die Helis allein sind schon mega. Ja, also bis Stufe 80 zu kommen ist halt kein Thema. Mit den Helikoptern. Stufe 80 selbst könnte der das Problem wären. Ja, die können doch echt lange durchhalten. Der Problem ist halt, dass du am Anfang nicht sofort eine Heli bauen kannst. Das ist das einzige Schwanko. Schwanko? Ja, das einzige Schwanko. Ich erzähle dir auch gleich mal einen Schwanko aus meinem Leben. Erzähl mal einen Schwanko aus deinem Leben. Richtiger Schwanko, ey. Richtiger Schwanko, ja. Oh. Senchai style. Ha ha. Nice! Ich spare jetzt noch bei 17.000 zusammen, ne? Ja, muss nicht. Äh, Guys! Turbo Damage Laser Bomb! Get rekt! Sentai Style! Und sonst was hast du schon so schönes gemacht? Ja! Normale Sachen, Alter! Sachen, Dinge! Normale Menschen-Sachen, ja! Sag ich, du bist auch bestimmt! Doch, glaub mir! Nachkommen! Nachkommen! Ja doch! Nachkommen! Mit beiden, beiden! Ich nicht! Nur mit ihm heute? Alles klar! Ne, ich liege immer noch im Bett! Achso, okay! Ne, sagen wir mal so, das Spiel kannst du auch auf dem Handy spielen! Alles gut! Und es läuft sehr gut auf dem Handy! Für euch, ne? 20 Stunden! Also es gibt beide Möglichkeiten! Man muss sich leider beide Versionen bloß kaufen! Das ist ein bisschen, ja... Aber man kann dann die Konten kaufen! Aber es ist jetzt nicht so teuer, ne? Ja! Ja, es geht jetzt! Ein hochwertiges Spiel! Ja, es geht jetzt! Ja, die Preise ist okay! Ähm... Und dann kann man die, äh... Accounts auch verknüpfen nennen! Solange man auf dem Handy per E-Mail spielt! Ich glaube, mit Google Konto geht's nicht! Mit diesem Google Konto... Äh... Automatisch! Login! Ähm... Und dann kannst du aber auch... Dann wird es auch in der Cloud gespeichert! Und wenn du denn auf dem Rechner spielst, kannst du dann sagen, ja... Du möchtest aus dem Cloud denn... Fortschritt benutzen und... Dann werden auch die Erfolge nachträglich vergeben und alles! Also da muss man keine Angst haben! Näh-Mäh! Fintai-Style! Ha! Fintai-Style! Das war grad ne ätzende Welle, die bringt, äh, das ist meistens ne Runde, wo man, äh, wenn man nicht ganz so gut aufgestellt ist, gerne verkackt, weil da so viele Keramikdinger durchkommen. So, man sieht jetzt bei mir, dass mein Held auf Stufe 10 gelangt ist und hat jetzt die zweite Fähigkeit bekommen. Wollen wir gleich mal einsetzen, ähm, zwischenzeitlich hat er halt das MG bekommen. Endlich hat's mein Heli geschafft, ey. Haha. Turbo Damage Laserbombs. Fast Munster in Zeitung. Turbo Damage Laserbombs. Oh, man hat den großen mal kurz gesehen. Ganz groß, ja. Der ist halt ziemlich groß. Ja, schade. Und hat halt nen Haufen andere Ballons in sich. So, wie man grad gesehen hat, ich bin grad ein Level gestiegen. Du bist ein Raucher. Viel, viel wichtiger ist das, warum du ein Raucher bist. Ich bin ein Raucher. Weil ich runden, erneuerte Ballons geplatzt habe. Warum ist man dann ein Raucher? Ja, keine Ahnung. Und warum ist mein Bild? Warum ist das ein Klebeaffe, obwohl ich nicht mal einen davon benutzt habe? Ne, wir haben das immer. Guck mal, der Platzmeister hat immer den Ninja-Aff, äh, hier den Armbrustaffen. Ja, guck mal, jetzt hier, wer, ja, dafür, dass ich ergeblich kein Geld generiere. Ne, eigentlich fast hier, ne? Ja, vielleicht ist das auch für einer, der bei dir gewirkt hat. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich hab aber zum Schluss gesehen, dass die Druinen auch ne Geldgeneriererfähigkeit haben. Ja, stimmt, mit diesem Affen, mit diesem Obstbaum-Ding so. Genau, mit diesem Baum, genau, ja. 157 Zeppelin. Für alle die, die abkürzend noch nicht kennen, äh, Mobs sind die Zeppeline. Die blauen, weißen. Dann gibt's noch die, ah, wie heißen, die, die roten. Die sind eine Stufe größer und haben, glaub ich, drei oder fünf von den Mobs drinne. Die heißen... Vier, oder? Vier? Na, drei bis fünf hab ich gesagt, das würde ja genau vier sein. Ähm... Aber wie heißen die denn? Die haben auch so eine Abkürzung. Ich kann dir nur sagen, wie der Große heißt. Ja, der war irgendwann mit Z, ne? Das ist der Zonk. Zonk, ne? Genau, die haben halt... Ich weiß, die Event endet in acht Tagen, sehe ich gerade. Ich hab hier genug Raketen gesammelt, sehe ich gerade. Oh, mir fehlen noch acht. Genau, ach ja, man hat dann so ne Kisten gekriegt und dann konnte man sich hier... ...so ne Kacke ausmachen. Ja, genau. Also, da ist so super Prämo gut. Wo setze ich denn jetzt meinen Wissenspunkt rein, Patrick? Wo setze ich den denn jetzt hier? Hast du... ja. Ähm... Turtel. Ähm... Was denn? Das... Ja, geil gemacht. Darf man keine Namen nennen? Ja, weiß ich nicht, da haben wir nur nicht drüber geredet. Ähm... Warum nicht? Ey, weiß ich nicht. Könnte ja sein, dass so etwas wie gestoppt werden. Ja, genau. Von unseren zigtausenden von Mitch-Kuckern. Millionen! Ja, das sind ja zigtausend. Ja, äh, weiß ich nicht. Mein Wissen ist ja ziemlich erschöpft. Punkt Unterstützung habe ich noch nichts. Ich komme halt mit meinem einen Punkt irgendwie nicht so wirklich was anfangen. Weil die nachher teilweise 10 Punkte kostet. Der letzte. Ich habe auch noch einen Punkt, aber ich weiß nicht... Ich weiß nicht mehr, was mein Plan da war. Ich muss nicht mehr nochmal durchgucken, ja. So. Zack. So, machen wir noch einer oder eher nicht so? Ja, wir müssen... Ich habe jetzt noch sieben Minuten. Ähm... Kleine schaffen wir noch. Kleine schaffen wir auf jeden Fall noch. Kleine schaffen wir noch. Machen wir mal... Kleine? Machen wir mal eine Standard. Vielleicht. Äh... Machen wir mal... Machen wir mal... Die Runde auf. Das müssen wir zeitlich schaffen. So. Ich habe wieder einen Christopher und einen Patrick. Jo. Dann eine Maria und einen... Franziska. Ja. Einen Karl. Und noch nur Franziska. Zupf. 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 Ganz genau. Hahaha. Oh, siehst du, jetzt haben wir wieder geteilt hier. Ja. Der hatten wir gerade auch, ne? Äh... Habe ich nicht mitbekommen. Also hier gar nicht. Ist auch schön, dass das immer wieder am Anfang erklärt hier. So. Ähm... Mit Helm, ohne Helm diesmal? Äh... Könnte mal ohne machen. Ohne Helm, aber wieder mit Dorf, oder? Ohne Dorf. Ohne Dorf. Ohne Dorf, machen wir. Okay. Dann generieren wir mal. Du bekommst die 9. Das ist glaube ich jetzt... Ja, geil. Ja, ich habe verloren. Hahaha. Da kriegst du jetzt einfach noch mal einer. Sie 14. Ich glaube, das hier die 11 war... Ja, dann habe ich den... Der Zauberer. Den auch. Das? Ja, der ist ausbaufähig. Nicht so gut wie im fünften Teil. Im fünften Teil war der dermaßen gut. Der Turm... Hier hat er ein bisschen... Gelitten. Ey, ich habe die 9. Hahaha. Super. Ich wünsch. Nochmal. Ey, die 8. Ja, ist noch besser. Ja. Mach doch mal was draus. Das sind halt wirklich die beiden hier, ne? Äh, 15. Warte, du hast 14? Oh, ich habe den Super Monkey. Ja, cool. Ja, sehr gut. Dann, äh... Spiel ich ohne dich. Na ja, ich muss halt ein bisschen... Punkte sammeln, ne? Sind halt... Ne, 700, 800. Und dann... Kann ich den bauen, ja. Aber die sind ganz gut. Der Zauber kann... Auf den einen Pfad Kamu sehen. Also die getarnten Ballons. Und... Mit den anderen Pfad kann er die Elite kaputt machen. Das geht's gut. Ja. Und der Super Monkey kann es auch. Ja, dann würde ich sagen, starte ich mal eine Runde, wa? Hm. Ha. Ballopp. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich weiß ja, warum... Wir wissen, warum wir bei Stufe 3 anfangen, glaube ich. Dass wir überhaupt ein bisschen Geld haben, das wir überhaupt kaufen können. Das könnte sein. Dann würdest du das ja noch halbieren, ne? Oh mein Gott. Wir werden verlieren. Nein, ich brauche noch 400. Oh mein Gott. Ja. 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 Ja, ich hab den link geklaut. Ja. Ja, halt klar. Du hast den link geklaut. Ich hab den link geklaut, ja. Ja, ist ja geil. Ja, ist ja geil. Ach, klaut. Ja. Huch. Mein großer Bruder. Hallöchen. Ja, der ist riesengroß, ne? Hallo. Ja. Ich mach mich jetzt schon ein bisschen nervös, wenn du mir da so über die Schulter guckst. Ja, ich werf die Dinger an dir vorbei. Keine Frage. Mhm. Ich erinnere dich an den... An deinen Raketenwerfer von gestern. Ja, und der Ninja hat ja überlebt, ne? Er lebt zwar nicht mehr so gut wie früher, aber er lebt nur. Grad noch so. Ja, grad noch so, ja. Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn er noch vor der Kanone stand. Ich glaube auch. Ja, der Supermagie ist natürlich ziemlich teuer mit seinen Upgrades, aber er ist sein Geldwert. Auf jeden Fall. Episch. Vor allem der dritte Pfad in dem Spiel. Dann wird er zu so einem Batman-Affen. Den finde ich mega lustig. Der legt ja einfach in Feuer. Ja, ich hasse die Wiese hier. Keine Sorge, da jetzt jetzt Laserstrahlen sind, ne? Ehe geht links und dann geht rechts am Hals vorbei. Ah, okay. Alles klar. Ich kann sie auch so hoch beschleiten, dass dein Affe gar nicht mitbekommt. Noch besser, danke. Kriegt nicht mehr mit, wenn er stuft. Er ist schon tot. Nee, das kommt erst bei einem späteren Upgrade. Ja, das stimmt. Aber der ist auch voll geil, ne? Mit dem Totenbeschwörer. Ich spiel den voll gerne. Ja. Bei Totenbeschwörer sind egal in welchem Spiel geil. Ja. Das stimmt. Sehr gut, das sind magieresistente Affen. Und mein... Ja, und... Da ich mein, der jetzt schon auf Laser-Obel gepackt habe... Ist er jetzt auch ein Magieangriff. Ähm... Wir brauchen einen neuen Timmy. Ja, ist ja gut. Wir haben ja so viele Impfpunkte gehabt. Also Spikes sind zwar weg, aber... Guck mal, wir haben sogar wieder extra Leben. Das schutzt dich, ja. Ja, ja. Ja, bei den Super-Affen brauchen wir eigentlich auch zwei Stück. Den einen Weg jetzt, dass man den halt auf Plasma hochmacht. Und den anderen hätte man eine Super-Reichweite gemacht. Wenn man denn nur auf der Erde spielen möchte. Das wäre nicht schlecht, wenn du vielleicht noch einsetzen könntest. Ja, dafür muss ich erstmal viel Geld sammeln. Achso. Ist ja nicht günstig. Das stimmt. Aber... Haben wir gleich. Äh, haben wir gleich. Ähm... Haben wir gleich. Ähm... Haben wir gleich. Ähm... Haben wir gleich. Äh... Gleich. Und noch 300 Punkte. Ah. Das hättest du auch mal früher machen können. Ja, hab ich nicht dran gedacht. Ach. Oh Mann, ey. Ah, die Anti-Magie-Dinger sind ja auch unfair. Naja, man muss sagen, hier im sechsten Teil... Gibt's halt für jeden... Ne Schwachstelle. Naja, deswegen ist es halt so schwierig, nur mit einem Turm zu spielen. Ja, hier sieht man... Ja, hier sieht man... Ich glaub auch, dass die, glaub ich, die Magie-Dinger auch funktioniert hat, glaub ich. Ja. 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 Ja, normalerweise sind mir diese leichten wohl auch mal zu viel zu kurz, ja. 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 Das war schwierig. Also... Mann. Puh. Das war richtig schwierig, ja. Ich muss sagen, bei den Anti-Magie-Dinger habe ich kurz, äh... Ja, ging halt noch gut. Alles. 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 Gut, damit sind wir am Ende dieser Runde, weil da haben wir nur zwei Runden geschafft, ein bisschen zu viel quatscht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.